Advent, Advent, mein Code, der brennt. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Coding-Adventskalender, beziehungsweise der Lösung dazu. Dieser Adventskalender wird nicht von mir bereitgestellt, sondern von Advent of Code. Und dort könnt ihr euch gratis auch mal gerne registrieren, wenn ihr Bock drauf habt. Das Video ist nicht gesponsert oder sowas, ich finde das einfach nur eine coole Challenge. Und ihr habt euch das auch tatsächlich von mir gewünscht, dass ich das mache. Wir haben sogar ein privates Leaderboard und das hat DeFelo für uns erstellt. Das heißt, wenn ihr euch bei Advent of Code registriert und dann auf Leaderboard Private geht, diesen Code hier eingebt, dann könnt ihr hier tatsächlich eure Punkte mit den anderen Zuschauern von meinem Kanal messen, beziehungsweise auch mit den Mitgliedern des Discord Channels. Ja, probiert es einfach mal ganz gerne aus. Wir wollen hier die Challenges natürlich auch lösen. Der Punkt dahinter ist allerdings natürlich, ich will euch nicht spoilern, beziehungsweise ich will nicht, dass ihr von mir einfach nur die Lösung kopiert, sondern dass ihr selbst Spaß dran habt. Das heißt, das Video hier, beziehungsweise all die folgenden Videos sind natürlich erst für euch wirklich geeignet, wenn ihr selbst vielleicht eine Lösung probiert habt und vielleicht nicht weitergekommen seid oder einfach nur ein bisschen seichte Unterhaltung haben wollt und mir beim Versagen oder auch nicht Versagen zugucken wollt. Okay, vielleicht soll ich noch dazu sagen, dass natürlich jeden Tag eine Challenge rauskommt und ich aber meinen normalen Uploadplan nicht irgendwie unterbrechen möchte. Das heißt, im Endeffekt, ich habe zwei Videos pro Tag auf meinem Kanal, weil ich diesen Adventskalender hier auch noch mache und das ist natürlich sehr viel Aufwand. Deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass ich jeden Tag wirklich das Video aufnehme. Ich versuche es allerdings, aber gerade sonntags könnte das ein bisschen schwierig werden, weil ich versuche auch mal einen Tag der Woche zumindest ein bisschen runterzukommen und eigentlich auch samstags meistens unterwegs bin. Aber ja, wir probieren es einfach mal, wir werden es sehen. Und natürlich, diese Videos hier sind komplett ungeschnitten, damit ihr auch direkt meine volle Lösung quasi vorgesetzt bekommt. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, wir haben alles. Okay, lasst mir natürlich... Ah, genau, das ist noch wichtig. Lasst mir euren Code immer schön in den Kommentaren, beziehungsweise in der Kommandozeile da. Und ja, wir schauen dann einfach mal. Wir werden das hier mit Python lösen, aber es gibt natürlich auch noch die krassen Typen und Girls unter euch, die das Ganze mit C lösen wollen. Das fände ich mega krass, wenn das jemand mit C lösen möchte. Dann bitte unten rein. Das fände ich wahnsinnig spannend. Okay, ja, es ist jetzt übrigens fünf Jahre schon das Ganze passiert. Das ist echt krass. Fünf Jahre? Ja, krass. Okay, also wir wollen uns erstmal kurz die Challenge angucken und scheinbar machen wir dieses Jahr was anderes. Die letzten paar Jahre mussten wir, glaube ich, die Welt retten, beziehungsweise Weihnachten retten. Dieses Jahr machen wir Urlaub auf einer tropischen Insel mit ihrer eigenen Währung und alles Cash only. Okay, das Ganze wird bezahlt mit Goldcoins und die haben kleine Bilder mit Starfischen drauf. Okay, cool. Man nennt sie auch die Stars. Okay, das heißt, wir müssen quasi Stars sammeln und es gibt jeden Tag Stars. Each Puzzle grants one Star und wir können insgesamt 50 Sterne bekommen, inklusive Dezember 25, also quasi insgesamt 50 Sterne. Jeden Tag gibt es zwei Puzzle sogar und genau, dann wird berechnet, wie viel wir tatsächlich bezahlen müssen und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann müssen wir wahrscheinlich gar nichts bezahlen, aber ansonsten müssen wir ordentlich blechen. Okay, so. Wir müssen hier als erste Challenge die zwei Einträge finden, die, wenn man sie addiert, 2020 ergeben und müssen das Ergebnis hier unten eingeben, wenn wir sie multiplizieren, also was dann quasi bei rauskommt. Das heißt, wir haben hier zwei Einträge, zum Beispiel eben, gibt das zusammen, ja genau, 1721 und 299 und wenn wir die multiplizieren, also wenn wir sie addieren, kommt 2020 bei raus, das ist das, was wir suchen und wenn wir sie multiplizieren, das ist die Lösung, die wir hier eingeben müssen. Okay, ja, unser Puzzle Input ist der hier, das heißt, wir haben hier erstmal eine, uiuiui, eine ganz schön große Liste an Zahlen, die wir hier natürlich erstmal uns holen wollen. So, dann machen wir mal PyCharm auf, das habe ich natürlich schon mal gemacht und ja, wir fügen hier einfach mal jede Zahl ein, das sind insgesamt 200 Zahlen, wir machen mal hier Steuerung, ne, wie ging das? Normalerweise ist ersetzen Steuerung H, aber hier war es glaube ich was anderes, wie war denn das? Hier Find, Replace, hier Steuerung R war das. Okay, wir wollen natürlich hier die Neuzeile ersetzen durch ein Komma, das sollte funktionieren, funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht, schade. Ja gut, dann können wir das nicht so machen, dann müssen wir hier eine neue Datei erstellen, einfach eine leere Textdatei, Numbers, genau, Text hätte ich ganz gerne, so, 200 Zeilen Text, das ist wunderbar und jetzt sagen wir hier with open, ja, with f gleich, ich würde vielleicht noch hier vorschlagen, dass wir Numbers vielleicht außen, Numbers außen dran definieren und ja, hier dann einmal durch iterieren, damit wir, beziehungsweise wir müssen eigentlich gar nicht durch iterieren, wir können hier oben einfach das direkt machen und zwar sagen wir hier List und ja, was wollen wir machen? Wir wollen hier natürlich, also dadurch, dass wir das jetzt aus einer Datei einlesen müssen, sind das erstmal alles Strings, das wollen wir natürlich nicht haben, das heißt, wir wollen hier das Ganze mappen auf Integer, das heißt, wir haben am Ende nur noch einen Haufen Integer zur Verfügung und keine Strings mehr, was ja hier in f.readlines drin ist, das sollte so funktionieren, schauen wir uns mal ganz kurz bloß an und zwar print Numbers, so, ich hätte jetzt ganz gerne hier von dir, dass wir alles hier, ja, perfekt, als Zahl haben, wunderbar, okay, nächster Schritt ist natürlich, wir wollen mit den Zahlen arbeiten, dazu müssen wir jetzt erstmal rausfinden, welche beiden Zahlen ergeben denn zusammen 2020, das heißt, wir müssen hier natürlich zweimal durch iterieren, for x in Numbers und for y in Numbers oder for i und j, wie ihr es nennen wollt, völlig egal, if x plus y, ups, plus y gleich, gleich 2020, 2020, ich kann heute nicht mehr tippen, es tut mir leid, es ist wirklich spät schon und abends lässt meine Tippfähigkeit nach, so, welche Zahlen haben wir denn hier jetzt, dann wollen wir hier eigentlich als Lösung ausgeben, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind ja x plus y, das sind ja die beiden Jahre, die wir hier gefunden haben, dann soll bitte x mal y ausgegeben werden, oder? Und das müsste ja dann eigentlich schon unsere Lösung sein, so, und wir haben hier zwei Zahlen, ja, natürlich, klar, weil wir einmal y finden, einmal finden wir x, das ist völlig egal, das ist quasi unsere Lösung, also 437.931, so, und die müssten wir jetzt hier eigentlich eingeben können, wenn ich das richtig, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, okay, ähm, ja, perfekt, ich habe einen goldenen Star bekommen, ach, stimmt, es gibt ja zwei pro Tag, das heißt, wir können hier noch ein Part 2 machen, ähm, Part 2, The Elves in Accounting are thankful for your help, ja, alles gut, mache ich gerne, ähm, One of them offers you a Starfish coin, they had left over from the Pacification, wenn wir drei Zahlen finden, die genau dasselbe machen, also wenn wir drei Zahlen finden, die gemeinsam 2020 ergeben, dann sollen wir bitte auch die Multiplikation aufschreiben, ja gut, ähm, im Endeffekt ist das quasi genau derselbe Code, nur dass wir hier eben drei Zahlen machen, das heißt, wir sagen hier auch noch 4Z, ups, 4Z in Numbers, äterieren wir auch nochmal durch, so, X plus Y plus Z, gleich, gleich, 2020, X mal Y mal Z natürlich, so, und ja, im Endeffekt ist das eigentlich schon alles, ähm, und, ui, wir finden hier mehr als nur diese drei, äh, gut, natürlich, wir finden zwei hoch drei Lösungen, es müssen acht Lösungen eigentlich sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, dann habe ich, dann bin ich dumm, ähm, ja, das ist, ist das ein Overflow, wir probieren es einfach mal aus, das sollte eigentlich stimmen, Pfeifen kann eigentlich ganz gut mit ganz großen Zahlen, ähm, je nachdem, welche Sprache ihr verwendet, könntet ihr hier Probleme mit Overflow bekommen, ne, ich glaube hier noch nicht, je nachdem, was für ein Datentyp ihr verwendet, ähm, genau, so, ähm, und dann geben wir das Ganze hier wieder ein, und wir haben den zweiten Star bekommen, wunderbar, ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool, und, ich hoffe es hat euch gefallen, und, ähm, wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder mit der nächsten Challenge, macht sehr viel Spaß, probiert es gerne selber auch mal aus, sowas kriegt ihr definitiv hin, bin ich mir ganz, ganz sicher, und vergesst nicht, dass wir hier auch noch auf YouTube sind, das heißt, ich würde mich natürlich über Abo freuen, und so weiter und so fort, ihr kennt den ganzen Spaß, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.